Und ich bin selbstverständlich vollständig geimpft und ich habe mich bewusst wustern lassen, obwohl ich seit sieben Monaten Schmerzen an der Einstichstelle nach der zweiten Impfung verspüre und obwohl mein Vater einen Tag nach seiner Impfung gegen Covid-19 verstorben ist, was offiziell keinen Zusammenhang mit der Impfung hatte, sich aber nach wie vor völlig anders anfühlt. Ich habe also eine individuelle Risikoabwägung vorgenommen und mich im Anschluss für die Impfung entschieden. Lass dich endlich impfen, bis, 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 bis. Hinten ist Impfzentrum, da hinten, da hinten. Auf geht's. Schön impfen lassen. Haha, du holst schon Buster, ja? Sieht man schon. Hahaha, auf geht's. Hinten Zum